Musik Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge mit Pater Karl Wallner, den Professor für Dogmatik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule des Stiftes Heiligenkreuz und dem Nationaldirektor der Päpste-Missionswerke in Österreich. Pater Karl, nochmal, so viel Zeit muss sein in dieser Sendung, dass wir dich anständig vorstellen, weil wir immer wieder neue Zuschauer haben, die vielleicht nicht genau wissen, was du tust. Und dann sollen die Leute doch wissen, welchen kompetenten Gesprächspartner es in dieser Sendung auch gibt. Es ist einfach so. Es ist so, Pater Karl. Pater Karl, die Heilige Schrift, zwei große Teile, das Alte Testament, das Neue Testament. Für die Juden, für Jesus, für die frühen Christen war das nicht so. Da gab es einfach eine Heilige Schrift. Und erst als die Neue Testament in den Schriften dazu kamen, gab es dann eben auch ein Neues Testament. Und das andere, vor Jesus, wurde zum Alten Testament. Die ersten fünf Bücher in der Bibel, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, die heißen auch Pentateuch oder die heißen im Judentum die ersten fünf Bücher Mose. Also ich glaube, es ist einmal sehr wichtig für jeden Christen zu wissen, dass zwei Drittel unserer Bibel, zwei Drittel sind jetzt eben altes Testament oder erstes Testament. Es ist der Bund, den Gott eben grundsätzlich mit einem Volk geschlossen hat, das er wählt hat, so wie er durch einen einzelnen Menschen eben das Heil bringen wollte, nämlich durch Jesus Christus, so wollte er ein einzelnes Volk erwählen, um mit diesem Volk eben der Menschheit sich selbst zu wahren und sein Heil in diese Welt zu bringen. Das ist eben sehr wichtig. Deshalb teilen wir über weite Strecken, nicht ganz, muss man sagen, also das Alte Testament eben mit dem Judentum. Und die ersten fünf Bücher, die fünf Bücher Mose, wie sie auch genannt werden, weil der Überlieferung nach Mose sie selbst verfasst hat, ja, die ersten fünf Bücher Mose. Und in manchen Bibelausgaben findet man das auch so gezählt, da ist das Buch Exodus dann nicht das Buch Exodus, sondern das zweite Buch Mose und so weiter. Diese ersten fünf Bücher, der Pentateuch, Penta heißt fünf, der Pentateuch ist eben ein sehr wichtiger Teil eben der Heiligen Schrift, weil er die Urgeschichte des Heilsgleichsam schildert. Wir blicken jetzt mal auf diesen Pentateuch, diese fünf Bücher Mose. Da geht es inhaltlich von der Schöpfung bis zum Tod des Mose thematisch. Verfasser, wenn man fragen, war es Mose, was manche sagen, weil er ja am Hof des Pharao schreiben, lesen, schreiben gelernt hat, könnte es sein. Aber man geht heute davon aus, dass es nicht einfach ein Autor ist, sondern dass es die Frucht eines langen Prozesses ist. Es gibt die drei Quellen, sei da grundlagig gewesen, der Jabes, der Heloist und die Priesterschrift J, E und P. Und es ist die sogenannte neuere Urkundenhypothese, Pater Karl. Wie ist der Pentateuch entstanden? Mose wird ja datiert im 14. Jahrhundert vor Christus. Also das versetzt mich natürlich in meine Studienzeit, die auch schon einige Zeit jetzt nicht mehr her ist, wo man diese ganze Entstehungsgeschichte des Alten Testamentes bzw. des Pentateuchs dann eben auch lernt. Und ich weiß nicht, wie der heutige Stand ist, weil da ändert sich einiges. Wir hatten in Heiligenkreuz mal eine Tagung über das Hohe Lied, zwei Tagungen im Abstand von zwei Jahren. Und da hat sich der Stand an der Exegese dann sehr geändert. Am ersten Mal war noch, dass das Hohe Lied ein großes Liebeslied ist. Am zweiten Mal war es dann wieder ganz anders, dass es jetzt eben die Hingabe der menschlichen Seele jetzt eben an Gott, ja wie jetzt eben schildert, küsse mich mit dem Kuss seines Mondes. So ist es dann auch eben jetzt mit den ersten fünf Büchern, die eine sehr komplexe Geschichte haben. Wir haben zum Beispiel das Buch Deuteronomium, das heißt das zweite Gesetz. Das ist ein Gesetzesbuch, das Buch Leviticus. Die Leviten waren die Priester und die haben eben jetzt den Dienst versehen im Tempel. Dort werden die ganzen Ritualien geschildert. Das Buch Numerie, da steckt auch das Wort Nummer drinnen, ist so eine Art Chronologie und so weiter. Stammeslisten sind da ohne Ende jetzt eben drinnen. Und natürlich am spannendsten ist das Buch Genesis und das Buch Exodus. Und da kann man natürlich bestimmte Schichten auch literarisch unterscheiden, weil wir zum Beispiel Textteile haben, wo Gott eben jetzt immer Yahweh genannt wird. Und dann haben wir andere Textteile, da wird er immer Elohim genannt, also mit dem generischen Namen. Und dann kann man eben sagen, das eine ist jetzt eben der Yahwist, weil er immer dort Gott Yahweh nennt. Zum Beispiel also in der zweiten Schöpfungserzählung mit Adam und Eva und im Buch, im Sechstagewerk wieder ist es Elohim, der alles schafft. Und da gibt es sehr, sehr viele Theorien jetzt eben dazu. Tatsache ist, dass diese Schriften erst wahrscheinlich so ab dem 6. Jahrhundert gesammelt worden sind. Aus der Not eben jetzt heraus, dass damals das Volk durch Nebukadnezar ins Exil an die Ströme von Babylon geführt wurde. Und in dieser Zeit war Israel am produktivsten, weil man dort an den Flüssen von Babylon, Psalm 137, Bonnie Anne, on the rivers of Babylon, weil man dort an den Flüssen von Babylon gesessen ist und jetzt einfach aufschreiben musste, um weiterzugeben, was Gott an Heilsgeschichte getan hat. Und man war ja auch in einer neuen Situation. Der Tempel war niedergebrannt worden von Nebukadnezar 587, 586. Man wusste nicht, dass man dann so schnell wieder zurückkehren wird, weil Kyros lässt ja die Juden dann schon wieder nach 40 Jahren wieder zurückkehren nach Jerusalem. Also auf jeden Fall, das ist die Zeit, wo die meisten dieser Texte verfasst oder redigiert worden sind, die bisher offensichtlich gesammelt worden sind. Man hat sie dann kombiniert, um weiterzugeben. Das ist überhaupt etwas sehr Wichtiges. Wir haben nirgends nur einen Auftrag vom Gott, Schriften zu verfassen. Wir finden es nicht in den Evangelien, obwohl dann sehr früh das sehr wichtig geworden ist, die schriftliche Tradierung. Wir finden nie einen mündlichen Auftrag von Jesus aufzuschreiben, sondern wir haben den Auftrag, Zeugen zu sein, zu bezeugen jetzt eben. Und das ist auch das Wesen jetzt eben der Heiligen Schrift, dass sie nicht eben jetzt Polizeiberichte bringt, sondern dass sie jetzt eben auch aus der subjektiven Wahrnehmung unter Einfluss des Heiligen Geistes jetzt Autoren in verschiedenen Zeiten, verschiedenen Schichten mit verschiedenen Adressaten, für die sie geschrieben haben, jetzt eben dann niederschreiben, was sie hier erfahren haben an Selbstoffenbarung Gottes. Diese Einführung war eine Einführung für die erste Zuschrift und zum Thema unserer Sendung, das würde ich jetzt überraschen, verbotene Bücher für Katholiken. Sehr geehrte geistliche Herren, ich freue mich, ich freue mich jeden Tag auf Ihre spannende Sendung. Bei meiner Frage geht es um die Bibel. Ich lese sehr gerne in der Bibel, vor allem das Alte Testament. Meine Frage, wer schrieb die Bücher Mose? Da hast du jetzt geantwortet. Da haben wir geantwortet, also Genesis, Exodus und so weiter. Vor kurzem erhielt ich zwei Bücher als Geschenk. Beide waren mit einem Papierstreifen versiegelt. Es war das sechste und siebte, so wie das zehnte, elfte, zwölfte Buch Mose. Man sagte mir, dass diese von Büchern von der Kirche verboten wären. Meine Neugier war geweckt und ich las sie. Ich fand die Bücher etwas seltsam, aber nicht schlimm, eher amüsant. Was ist nun an diesem Verbot dran? Pater Karl weiß bestimmt eine Antwort. Vielen Dank mit den besten Grüßen und Gottes Segen. Ich musste nachschauen, um zu wissen, worum es geht. Ja, also, ich sage. Ja, schau nach, ja, sag, sag, ja. Also, ich musste da nachschauen und zwar seriös nachgeschaut in dem Lexikon Neureligiöser Bewegungen, esoterische Gruppen und alternative Lebenshilfen. Da gibt es einen Beitrag von einem Matthias Böhlmann zum Thema Aberglaube. Und der beantwortet die Frage, was ist das sechste Buch Mose und auch das siebte Buch Mose. Es handelt sich um ein Buch, das seit 1797 in veränderter Zusammenstellung immer wieder neu erscheint. Es ist eine Zusammenstellung von Wundermitteln, Zauberformeln, Beschwörungen, Heilsdeutungen, Schicksalsdeutungen. Und die Kapitel in diesem sechsten Buch Mose, wie es genannt wird, die lauten so oder die Themen Anfertigung des Zauberstabs, der kabbalistische Kreis, die Erscheinung des Luzifers, in welchen Zeiten die Geiste gerufen werden sollen oder Herstellung einer Wünschlode. Und also dieser Matthias Böhlmann tut dieses sechste Buch Mose dem Genre Zauberbücher beigesellen und sagt, mit dem biblischen Mose, über den wir jetzt eben gesprochen haben, das hat diese Inleitung, hat jetzt alles überhaupt nichts zu tun. Genau. Also das erfahre ich jetzt auch von dir zum ersten Mal. Meine Antwort wäre sofort gewesen, ohne diese Hintergrundinformation. Werfen Sie den Schmarrn in den Papierkübel, verbrennen Sie ihn, es ist Unsinn, es ist Nonsens. Wir haben das Problem, dass viele Leute Vorurteile gegenüber der Kirche haben. Es erscheint jede Woche gefühlt eben jetzt ein Vatikan-Roman, der immer dasselbe Strickmuster hat. Die Kirche versteckt, verheimlicht, verbirgt und so weiter. Die Kirche ist ein machtbesessener Apparat jetzt eben und hat irgendwas im Keller, was niemand wissen darf und das Eigentliche ist verborgen und wird verbrecherisch verheimlicht. Das ist so ein Schmarrn, liebe Leute. Bitte macht es euch frei von diesem Unsinn. Im Gegenteil, über Jahrhunderte sind Esoteriker, Gnostiker aufgetreten und haben versucht, das umzuschreiben, umzuformen, zu entreißen und aus der Selbstoffenbarung Gottes irgendwelche Geschichts- und Zauberbücher zu machen. Es gibt tonnenweise solche esoterische und solche Literatur daneben und am besten verkauft man die dann immer, indem man sagt, das sind verbotene Bücher der Kirche. Und jetzt werden natürlich, wenn wir jetzt Leute zuschauen, die Fans von diesen Büchern sehen, der Vater Karl, der muss ja so reden, weil der gehört ja auch zu diesem Syndikat, was da jetzt eben etwas verbirgt und so weiter. Liebe Leute, das ist so ein Schmarrn. Da fragt man sich wirklich, sind wir dumm und dümmer geworden? Also diese Verschwörungstheorien gegenüber der Kirche sind wirklich etwas Schreckliches. Und sie stimmen einfach wirklich nicht. Wir wissen, alle Bücher, die im zweiten Jahrhundert verfasst worden sind, die sogenannten Apokryphen, das Buch, diese Bücher Mose, was du da zitiert hast, die sind ja irgendwie Neuzeitlich. Da gibt es ja alle möglichen Sekten und so weiter. Es gibt niderarische Ergüsse und so weiter. Und wirklich, es ist ein Verkaufstrick, wenn man da sagt, das ist von der Kirche verboten worden und so weiter. Und wenn du das dem Pfarrer sagst, wird der natürlich dann sagen. Also das ist nicht, weil der muss ja das sagen, weil es ja verboten worden ist. Und dann ist man in so einem Schmarrn jetzt eben drinnen. Bitte, das ist wirklich ein Unsinn. Werft so ein Zeug weg. Bitte glaubt uns doch einfach, dass wir euch nicht betrügen wollen und nicht belügen wollen. Und hier ist alles drinnen, als Wort Gottes, was er uns offenbaren wollte. Es ist nichts rausgestrichen worden, auch wenn wir im Alten Testament interpretierungsbedürftige Stellen haben und so weiter. Da ist von Riesen die Rede und da ist von der Himmelfahrt des Elia die Rede und so weiter. Aber es ist Wort Gottes und das ist das, was eben das Fundament letztlich unseres Glaubens bildet. Biblia, Bibel heißt übrigens die Bücher, weil die Offenbarung Gottes eben jetzt, wie soll ich sagen, also wir haben da 72 Bücher im Alten Testament, in der Bibel drinnen, weil eben die Offenbarung Gottes, wie soll ich sagen, das ist eben kein Polizeibericht. Es ist nicht eine Dienstanweisung, die Gott uns gibt, wie wir ins Heil kommen, sondern er dringt in die Geschichte ein. Er kommt dann selbst in Jesus Christus als Mensch und das wird von verschiedenen Perspektiven beschrieben. damit uns auch die Freiheit bleibt, uns dafür zu entscheiden. Dieser Matthias Püllmann schreibt dann über das siebte Buch Mose nur zum Inhalt, er geht zum Schutz von Leib und Leben, dann erprobt die Mittel gegen mancherlei Gebrechen und Zaubersprüche gegen allerlei Böses im Haus, im Hof, sowie in Diebeswand. Aber das Ganze geht weiter, weil er gab es tatsächlich einen Ort. Und zwar, aber ganz, ganz anders. Eine Variante dieses sechsten und siebten Buch Mose erschien 1949 im Deutschverlag, und für dieses Buch gab es tatsächlich ein Verbot, aber nicht von der Kirche. In Deutschland wurde das Buch 1956 verboten, wegen Betrugs und Verstoß gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten. Anlass war ein Hausmittel aus dem Buch, das für Syphilis-Patienten im Fall, sich bis an den Hals in Pferdemist einzugraben und die Krankheit jedoch auszuschwitzen. Das Urteil wurde in der zweiten Distanz aufgehoben. Das habe ich in Wikipedia so gefunden, als den Wort darauf. Also wenn ihr irgendwelche Schriften in die Hand bekommt, die sich als von der Kirche verbotene, geheime Schriften ausgeben, wo euch geraten wird, euch im Pferdemist zu baden, nehmt das bitte nicht, jetzt. Wobei es jedem freisteht, im Pferdemist zu baden. Pater Karl, nochmal zurück zu Mose. Es gibt ja auch diese Verbindung, der Mose bekommt ja von Gott den Auftrag, zum Pharao zu gehen, ihm zu sagen, dass er sein Volk ziehen lassen soll. Geht dann mit Aaron zum Pharao und Gott sagt zu ihm, wenn der Pharao zu euch sagt, tu doch ein Wunder zu eurer Beglaubigung, dann sagt zu Aaron, nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao hin. Er wird zu einer Schlange werden. Als Mose und Aaron zum Pharao kamen, tat sie, was ihn der Herr aufgetragen hatte. Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und seine Diener hin und er wurde zu einer Schlange. Da rief auch der Pharao weise und Beschwörungspriester und sie, die Wahrsage der Ägypter, tat mithilfe ihrer Zauberkunst das Gleiche. Jeder warf seinen Stab hin und die Stäbe wurden zu Schlangen. Doch Aaron starb verschlang ihre Stäbe. Das Herz des Pharao aber blieb hart und er hörte nicht auf sie. Ägypten, Zauberkunst, dieser Teil aus der Heiligen Schrift ist so ein bisschen die Grundlage, dass solche Bücher entstehen. Das möchte ich einfach noch mal rein rational noch mal an. Das Alte Testament ist auch aus orientalischer Vorstellung heraus ist eben beschrieben und man muss dazu sagen, noch einmal zu diesen anderen literarischen Sachen, die sich dann als Teile der Bibel ausgeben oder als geheime Bücher und so weiter. Nicht nur Christen waren produktiv oder nicht nur Gnostiker und Esoteriker, sondern auch, weil wir das Alte Testament, weil wir das mit dem Judentum haben, dort gibt es ja auch die kabbalistische Literatur, die dann eben sehr in das Esoterische auch hineingegangen ist. Es gibt tonnenweise Literatur, die an die Bibel jetzt eben anknüpft und es gibt sogar eine religiöse Bewegung, eine Religion, nämlich die Mormonen, die dann sagen, es gibt nicht nur Altes Testament, Neues Testament, sondern eben, weil Jesus in Amerika war, gibt es noch das dritte, das Buch Mormon, wo dann eigentlich das Eigentliche geschildert wird. Also da gibt es in Hülle und Fülle jetzt eben literarische Erküsse, weil der Mensch eben religionsproduktiv ist auch von seiner ganzen Wahnlagung her und wenn er das Wort Gottes nicht annimmt, dann muss er selber irgendetwas, wie soll ich sagen, produzieren, anhand des Wortes Gottes, irgendwelche Vorstellungen und so weiter. Aber das ist ein eigener Bereich der Wissenschaft. Hier gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viel. Deshalb noch einmal mein Appell eben jetzt, seid nüchtern, ja, nehmt die Heilige Schrift, so wie die katholische Kirche, Einheitsübersetzung mit der evangelischen Kirche, euch das jetzt eben vorstellt. Dort ist das drinnen, von dem wir Katholiken und Protestanten überzeugt sind, dass es die Selbstoffenbarung Gottes oder die schriftliche Bezeugung der Selbstoffenbarung Gottes beinhaltet. Damit ich jetzt das Zuschriften bekomme, ich würde nur die halbe Wahrheit sagen, muss ich nochmal auf das Thema eingehen, verbotene Bücher für Katholiken. Es gab tatsächlich so eine Liste, den sogenannten Index. Da gibt es auf katholisch.de einen Beitrag, der heißt, was Katholiken nicht lesen dürften. Das war vor ein paar Jahren, aber ein paar Sätze daraus. Mehr als 6.000 Titel umfasste der Index in seiner letzten Fassung von 1948, die bis 1962 ergänzt wurde. Die meisten der aufgeführten Autoren starben aus vergangenen Jahrhunderten. In Buchhandel und Bibliotheken waren es entweder nicht vorhanden oder nur schwer. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in der Regel nur noch reformierte Theologieprofessoren auf den Index gesetzt worden. Etliche wissenschaftliche Karrieren wurden im 20. Jahrhundert auf diese Weise zerstört. Da standen halt so Namen drauf wie Martin Luther oder auch dann Heinrich Heine. Tatsächlich entstand halt der Index als eine Reaktion auf die Reformation. Also es war einfach ein Versuch jetzt in der Art und Weise, wie damals auch Autorität ausgeübt worden ist. Das war ja doch sehr anders, eben zu sagen, was ist katholisch, was ist nicht katholisch. Der Index wurde ja dann eben während des Zweiten Vatikanus, oder eben 1962 hast du gerade genannt, eben dann abgeschafft, weil es auch sachlich gar nicht mehr möglich war. Also diese viele Literatur, die meint jetzt eben, Christliches zu beschreiben, ob in Wirklichkeit daneben liegt, jetzt eben aufzulisten. Oder auch die religionskritischen Sachen, Feuerbach, Kant und so weiter, standen auf dem Index. Wir haben alte Priester erzählt, dass sie aber jederzeit diese Bücher auch lesen konnten. Man ist dann einfach zum Regens gegangen und hat gesagt, ich muss Kant studieren, ich muss Hegel studieren. Man hat dann diese Bücher bekommen. Es gibt Leute wie der Rosmini, der inzwischen von Benedikt XVI. selig gesprochen worden ist, der glaube ich auf dem Index gestanden ist, wo der große Theologenpapst aus Bayern, ja einen großen italienischen Theologen rehabilitiert hat, den sogar selig gesprochen hat, der auf den Index geraten ist, weil er zu viel wissen wollte. Also das ist eine eigene Geschichte. Ich möchte das Wahrheitselement aber noch hervorkehren. Wir haben heute so viel Schmarrn an Literatur. Mir war es als Rektor der Hochschule, als Dogmatikprofessor immer ein Anliegen, meinen Studenten einen positiven Index zu geben. Nicht der verbotenen Bücher und derer, die daneben sind. Die sind unübersichtlich viele. Das ist eine Zehntausendschaft von Büchern. Aber es gibt dann also so eine Hundertschaft oder vielleicht auch eine Tausendschaft von Büchern, die man wirklich jetzt eben für sein geistliches Leben und für seine theologische Bildung braucht. Diesen positiven Index, den habe ich meinen Studenten immer vor Weihnachten gegeben, weil es mir immer wehgetan hat. Dort irgendeine Oma, der Enkel wird Priester, studiert in Heiligenkreuz und dann kauft man ihm irgendein Buch und da steht so ein netter Name oben eben jetzt. Und das ist in Wirklichkeit aber eines von, ein esoterisch oder ein antikirkliches Buch eben jetzt. Und leider auch die katholischen Verlage. Also es gibt ja eigentlich nur mehr Media Maria und den Busted Verlag, oder den Fee Verlag natürlich in der Frömmigkeit. Oder auch unseren Verlag in Heiligwerth, den B&B Verlag. Aber die großen früher katholischen Verlage oder christlichen Verlage produzieren um des Geldes willen alles und jedes. Man hat keine Garantie, wenn man bei Herder kauft, dass das wirklich ein Buch ist, das qualitativ ist und dann vielfach auch Kirchenpolitik. Also so ein positiver Index, möchte ich nur sagen, das wäre schon gut, dass man einfach weiß, welche Bücher brauche ich jetzt eben, wo finde ich wirklich was drinnen, was zuverlässig, was zuverlässig jetzt eben katholisch ist. Ich habe das bis vor fünf oder sechs Jahren, dann hat es der Pater Florian weitergemacht, diesen Index. Und meine Studenten waren sehr dankbar, weil Bücher sind teuer. Und es ist schade, jetzt eben also mit Geld etwas zu kaufen, das man erstens nicht braucht, das zweitens gegen den Glauben ist oder gegen die Kirche ist. Und drittens, dass man dann eben sowas auch noch, indem man es kauft, fördert. Also da ist, das war mir immer zu schade dazu. Und deshalb sollte man gute Bücher jetzt eben positiv, mit einem positiven Index in die Öffentlichkeit bringen und die schlechten Bücher, also von denen es so viele gibt, die es halt im Vergessen verdämmen. Ich verweise nochmal auf den Beitrag auf katholisch.de, von vor ein paar Jahren, was Katholiken nicht lesen durften. Da wird auch erwähnt, dass noch bis in die Nachkriegszeit hinein es verboten war, Jean-Paul Sartre zu lesen. Man brauchte eine Ausnahmegenehmigung von Rom. Andernfalls drohten Strafen, die in besonders schwerwiegenden Fällen bis zur Exkommunikation reichen konnten. Zumindest theoretisch. Und jetzt der Schlusssatz. Am 14. Juni 1966 erklärte die vatikanische Glaubenskorrigation schließlich die Abschaffung des sogenannten Index Liborum Prohibitorum. Verzeichnis der Verbot der Bücher. Hat schon lang gedauert, Artokan, oder? Ja, hat lang gedauert. Aber wie gesagt, also so Orientierungsgebung wäre schon nur ein wenig. Also der Index gilt überall so furchtbar. Die Kirche mischt sich ein und verbietet irgendwas. Aber wenn man sich wirklich anschaut und das Problem heute ist, Desorientierung. Desorientierung überall durch die Medien und leider auch durch kirchliche Medien, durch Schriftstellereite. Irgendjemand ist alles irgendwie gleichberechtigt und so weiter. Das Lärm gibt es faktisch nicht mehr. Was der Papst, die Bischöfe sagen, ist irrelevant. Wir waren, jeder Theologe, jeder irgendetwas hat dieselbe Stimme und so weiter und so fort. Und es ist so orientierungslos für die Leute geworden. Und dient es unserem Wachstum? Sind wir besser geworden dadurch? Also ich bin ganz gegen den Index natürlich. Im Sinne, man sagt, die Bücher sind verboten. Aber indem man eine Beurteilung vornimmt, das wäre nicht schlecht. Den Gläubigen, die Gutes lesen wollen, so viel Zeit hat man ja nicht zum Lesen. Also ich habe schon oft gemacht, wann ich ein Buch begonnen habe und ich sehe noch 20 Seiten. Also das kostet mir nur Zeit, das baut mich nicht. Da kommt es in den Papierkorb. Schade um meine Zeit. Schade um meine Zeit, wenn es so daneben jetzt eben ist. Also das ist noch einmal, ich bin ganz gegen den Index einer verbotenen Bücher. Das ist auch vorbei, das ist theologiegeschichtlich problematisch gewesen, ist ganz klar. Aber so wie es heute läuft jetzt eben. Also dass mehr Bücher im theologischen Bereich produziert werden als je zuvor. Aber die Fruchtbarkeit für die Kirche von diesen Produktionen völlig ausbleibt, weil viele im kirchenpolitischen Bereich jetzt eben sich bewegen und mich wirklich gut sind. Also das geht so eigentlich auch nicht. Weil wir schrumpfen deshalb auch. Der Glaube schrumpft. Du brauchst eigentlich wirklich eine Liste von den tausend Büchern, die du als Katholik in deinem Leben, so viel wirst du gar nicht schaffen, gelesen haben solltest, die dir wirklich Nahrung geben, die dich wirklich aufbauen. Und also noch einmal, jetzt möchte ich ein bisschen Werbung machen mit unserem B&B Verlag, den ich in Heiligenkreuz leite, den gebe ich nicht ab, der ist mir wichtig. Da versuchen wir wirklich auch zum Beispiel Romane, die guten Romane aus den 60er, 70er Jahren, Esad Schapa und so weiter. Wir versuchen sowas eben neu rauszugeben, weil solche Bücher einen wirklich aufbauen können. Aber es gibt eben auch Bücher und die Kirche hat das eben in einer missverständlichen Weise als verbotene Bücher eine Zeit lang eben jetzt deklariert. Es gibt auch Bücher, die keinen Profit für den Glauben und für die Zukunft der Kirche bringen, weil sie einfach falsch sind und weil sie eben jetzt Schädliches auch beinhalten. Ich möchte das ganz klar sagen. Was wir auch empfehlen können, sind natürlich Zeitschriften vom Observatorio Romano, die gibt es in der deutschen Ausgabe, wo man sich gut informieren kann, über das Vatican-Magazin, über die Tagespost, hin zur Kirche heute. Möchtest du noch andere nennen, die man in diese Liste stellen könnte? Ich glaube, in jedem Haushalt, katholischen Haushalt, sollte eine gute Zeitung, Zeitschrift sein, abgesehen von der Kirchenzeitung, idealerweise. Also wir haben in unserer Alle-Welt, da gibt es immer, da macht ein Mitarbeiter, tut immer drei Bücher rezensieren, die wertvoll sind und einfach, dass man auch positiv jetzt eben, was erwartet mich in dem Buch? Wie gesagt, der Büchermarkt ist sehr groß und unüberschaubar und es ist wirklich schade, um jeden Euro, die man für ein Buch, das man für ein Buch zahlt, das nichts bringt oder das falsch ist oder das, ja und so weiter. Die gehören in den Papierkorb oder nicht beachtet. Ich habe das Recht und auch die Pflicht irgendwie, mich, also das zu lesen oder das in mich aufzunehmen, was mich wirklich weiterbringt und es geht ja auch um den Begriff der Wahrheit. Also es gibt, die Wahrheit ist keine Beliebigkeit, es gibt etwas, dass mein Sein hin auf Wahrheit fördert und es gibt etwas, das mich in die falsche Richtung zieht. Ich habe Mitbrüder, die haben den Trebermann gelesen, Kleriker, wo eben alles nur psychotisch ist, was wir Priester tun oder unsere Lebensform, die sind dann wirklich in Krisen gekommen. Also Bücher können zerstören, sie können aber auch aufbauen und ich glaube, das ist eben wichtig, dass man hier eine Sensibilität dafür entwickelt. Index der verbotenen Bücher ist ein Schmarrn, ist lang vorbei, 70 Jahre schon vorbei, nicht? Aber eben jetzt, also gute Bücher zu empfehlen, ist glaube ich eine Pflicht, die wir als Priester und als Verantwortliche für die Zukunft der Kirche durchaus wahrnehmen sollen. Pater Karl, jetzt sind wir am Ende der Sendung angelangt, ich bitte dich um ein Gebet und den Segen. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich uns geoffenbart hast und danke, dass du uns führst und leitest und ich möchte dich für alle bitten, die gerne Gutes jetzt eben lesen und Richtiges, dass wir unsere Zeit nicht mit unnötigen Dingen einfach verschwenden, sondern dass du uns auch die Literatur schickst, in erster Linie die Bibel, bitte lese die Bibel eben jetzt, ja, damit wir dir näher kommen. Unser Leben ist kurz, die Ewigkeit ist lang, lasst uns unser Leben so nützen, dass wir diese Ewigkeit erreichen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Es segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vater Karl, ich bedanke mich bei dir, dass du nochmal das Buch der Bücher hochgehalten hast. Ich habe die gleiche Ausgabe. Wir werden immer wieder gefragt, welche Ausgabe wir empfehlen aus pastoralen Gründen, die Einheitsübersetzung. Danke für Ihre Zuschriften, danke für Ihr Interesse, fürs Einschalten, möge die liebe Gott, Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt. Vertraue und glaube,